So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und lange hat es gedauert. Ich wollte die ganze Zeit schon seit der zweiten Saison jetzt die Go Battle League spielen und so eine Aufnahme machen. Ich bin nämlich komplett immer noch bei Rang 1, habe null Kämpfe gemacht und gar nichts. Jetzt habe ich die komplette Superliga verpasst. Alle Teams, die ich mir zusammengestellt habe, sind für die Cuts. Jetzt habe ich mir so einen lustigen Hintergrund hier gesucht. Das gab es bei Google. Ich glaube, der ist sogar von meinem MMO. Ich weiß es nicht. Hoffentlich bringen die mich jetzt nicht um. Und guckt mal, was ich hier unten habe. Da fliegt einfach der Spielebildschirm rein. Und ich weiß immer noch nicht, wieso es so doof ist, weil wenn ich das maximieren will, dass das halt oben und unten abschließt, ist halt alles komplett schwarz, links und rechts und das sieht so nach nichts aus. Deswegen lasse ich es, glaube ich, einfach so. So, die Sabrina sagt zwar immer, das ist hässlich, weil diese Ränder drumherum und bei allen anderen ist das halt immer oben und unten gebunden. Aber zusätzlich mache ich noch was anderes. Und zwar gehe ich mal hier rüber. So, und ziehe das mal noch ein bisschen hier ran. Das sieht doch jetzt gut aus, oder? Jetzt ist der Ramses richtig groß. Das Alola Slymog fest mir da ans Mikro, also es hält das Mikro eigentlich fest. Wenn ich das Bild jetzt noch da verschiebe. Da guckt jetzt, jetzt hält es das Mikro hoch in die Hand. Das ist richtig genial. Wir lassen es aber so. Ich wollte den... Ach, jetzt bin ich wieder auf dem Falschen. Ich wollte den Spielebildschirm eigentlich erst hier drüben hinbauen, dass man schön das Logo sieht. Aber ich glaube, das Logo in der Mitte, links der Spielebildschirm, rechts ich. Macht es so vielleicht trotzdem mehr her, wenn die Leute einfach in die Mitte des Bildschirms gucken. Außerdem ist dann das dicke Relaxo nicht verdeckt. Man sieht hier noch Grisilja dabei. Und damit ihr wisst, um was es geht. Wir kämpfen heute in der Hyperliga. Oh mein Gott! Guckt euch das an. Irgendwie ist gerade drüben alles weggegangen. Moment, ich muss das nochmal aufmachen. So, da ist es wieder. Das war also das Intro für die Hyperliga. Und wir fangen jetzt mal an. Ich habe mir nämlich damals ein Team erstellt. Das ist auch noch wichtig. Bevor es losgeht. Ich gebe da immer HHH ein. H für Hyperliga. Nicht, was ihr denkt. Und SSS steht für Superliga, MMM und so weiter. Ich habe mir damals hier dieses Giratina gebastelt. Habe es auf 2457 hochgezogen. Das hat also zwei Ladeattacken. Das habe ich immer genommen. Dann habe ich komischerweise immer das Lapras genommen mit 2490 und zwei Ladeattacken. Und ich habe das Machomai genommen mit 2491 und auch zwei Ladeattacken. Jetzt habe ich mich nochmal belesen. Die Top Tierlist. Wäre es eigentlich günstig, vielleicht sich hier so ein Griselia mal hochzuziehen. Ihr seht, um das zu pushen, dass das auf das kommt, brauche ich nur 30.000 Staub und 52 Bom-Bombs. Plus eine zweite Ladeattacke, die dann 100 kosten würde. Und 100.000. Und 100 Bom-Bombs. Ich habe 384 Bom-Bombs. Ich könnte mir also einfach so ein Griselia machen. Ich weiß jetzt nicht, ob es das bringt. Ich glaube, viele spielen mit Griselia. Das wäre wenigstens ein Psycho-Angreifer, weil ich habe keinen einzigsten Psycho-Angreifer. Als Alternative habe ich den hier als Psycho-Angreifer. Den müsste ich aber auch hochziehen. Und um den hochzuziehen, da wird es schon teurer. Da brauche ich nämlich hier 51.000, 46.000, aber dann zusätzlich nochmal 100.000 für die zweite Ladeattacke und nochmal 100 Bom-Bombs. Und von dem habe ich nicht so viele Bom-Bombs. Bevor ich aber Mewtwo hochziehe, würde ich glaube ich doch Griselia hochziehen. Viele kämpfen auch mit dem hier. Der ist natürlich günstig mit einer zweiten Ladeattacke. Auch hier kostet es nur 32.000, den hochzupuschen. Aber ich möchte erst mal anfangen mit meinem bewährten Team, was ich sonst immer hatte mit Griselia, Labras und Maromai. Und mal schauen, wie weit ich da komme. Ihr könnt ja nochmal reinschreiben, welche Teams, welche Pokémon ihr momentan nehmt. Und irgendwie nervt mich das, dass hier immer so Geräusche sind, wenn Pokémon auftauchen, oder? Ach komm, nein, wir lassen die Geräusche drin. Das ist ja das, was es ausmacht. Ihr hört es sowieso nicht, weil ich es ziemlich leise gemacht habe. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo muss ich denn hin hier kämpfe, genau. Und damit ihr seht, dass ich nicht geflungert habe. Hier steht also wirklich, in der letzten Saison war ich 8. Und jetzt bin ich Rang 1. 0 Siege, 0 Kämpfe, gar nichts, kein Staub. Das wollen wir jetzt mal ändern. Wir wollen wieder von vorne anfangen. Wir gehen mal hier rein in die Hyperliga. Wir haben da unser Triple H-Team ausgewählt. Wir gucken mal, was die Gegner so haben. Am Anfang ist es ja eigentlich immer noch relativ leicht. Sag ich mal. Ich nehme das jetzt hier um 1 Uhr nachts auf. Wenn ich irgendwann nicht mehr weiterkomme, dann bastle ich mir einfach ein Griselia. Ich meine, gerade wenn Macho Mai oder so eingesetzt wird. Griselia drauf, Psychoattacken. Und bei allen anderen habe ich keine Ahnung. Ihr seht hier Alola Slymog. Nutzt der Schilling, glaube ich, oft. Sehe ich auf jeden Fall immer bei seinen Thumbnails. Aber ich habe damit noch gar nichts gemacht. Weder für Raids noch für PvP. Also nichts. Wir gucken mal. Ich hoffe, die Gegner sind jetzt total leicht. Und ich kann hier ein bisschen glänzen. Impagator. Tja, was nimmt man da? Ich habe keine Ahnung. Deswegen haue ich einfach drauf. Solange ich mehr Schaden mache als er, ist mir das Rille. Gucken wir, ob wir eben gleich ein Schild rauslocken können. So, der wehrt natürlich ab. Ich würde mal nicht abwehren, wenn ich dran bin. Aber ich lock gleich das zweite Schild auch noch mit raus. Irgendwie ist der Anfang immer sehr entspannt. Der Anfang ist einfach richtig gemütlich. Ich freue mich jedes Mal, wenn es zurückgesetzt wird und man von vorne anfangen kann zu spielen. Gegnerische Attacke. Lassen wir mal durchgehen. Obwohl, vielleicht hat er ja auch Eisstrahl oder sowas. Ja, er hat natürlich Eisstrahl. Gegen Drache sehr effektiv. Dafür nutzen wir jetzt mal unsere zweite Attacke. Damit rechnet er bestimmt jetzt nicht. Der denkt bestimmt gut, ich mache wieder das erste. Das hat nicht so viel abgezogen. Dafür haue ich jetzt. Ja gut, er schildert. Gut, dann schildert er. Dann war es das. Wir müssen ihn auf jeden Fall. Ah, jetzt habe ich es auch noch verkackt. Ich schilde jetzt trotzdem mal, weil ich will so nicht aus dem Kampf gehen. Er hat ja keine Schilde mehr. Ich hätte eher auf die Attacke drücken müssen. Ich habe zu spät gedrückt. Sonst hätte ich den mit meinem Drachenpuls, Drachenklaue. Ne, Drachenklaue ist es glaube ich. Hätte ich den auf jeden Fall noch weggehauen. So muss sich ein Schild verballern. So, was haben wir jetzt? Das passt doch. Wenn ich... Ne, Feuer ist gegen Eis. Ich glaube, wenn ich jetzt das Labras nehme, habe ich Pech. Aber Labras kann Wasser. Ich nehme trotzdem Labras. Das sieht gut aus. Wieso denke ich immer, dass Feuer gegen Eis effektiv ist? Ich denke dann immer, Feuer schmilzt das Eis, aber irgendwie macht das nichts. Ich sehe schon den Kommentar von Benjamin Engel wieder, der mir erklärt, was los ist. Wieso hat er denn jetzt gewechselt? Will der mich verarschen? Dann hole ich jetzt meinen Machomai und hoffe, dass der das ordentlich zerknüppelt. Dann gehen wir auf Nummer sicher. Da schilden wir auch nochmal eine Runde. Weil wenn der jetzt weg ist und der andere kommt rein, dann kriegt der Hund auch noch ein paar Schläge. Und dann war es das auch. Dann liegt er in der Ecke, denke ich mal. Wir müssen auch jetzt keinen Move machen. So viel zu auf Nummer sicher gehen. Wir machen einfach keinen Move. Und Steinhagel gegen den brennenden Köder. So. Ich habe auch die ganze Zeit schon andere Bildschirmspiegel-Apps ausprobiert. Aber egal, was ich mache. Entweder funktionieren die nicht oder sie kosten alle einen Haufen Geld. Oder sie übertragen nur drei Minuten. Deswegen muss ich immer die nehmen. Ich weiß nicht, was die anderen Leute nehmen. Ich verstehe es nicht. Deswegen tut mir leid, dass das alles so billig aussieht. Aber ich hoffe trotzdem, auch wenn es übelst ruckelt, dass man ein bisschen was erkennt und weiß, was ich hier mache. So. Nach jedem Kampf erstmal einen Schluck trinken. Immer schön als Leitungswasser. Da muss man keine Kisten schleppen. So, Demeteros. Was macht der? Was hat der? Keine Ahnung. Ich haue einfach wieder drauf, wie immer. Da ist keine Taktik da. Kein gar nichts. Der ist ja glaube ich auch vom Typ. Was ist denn das? Flug und Gestein? Nur weil er auf einer Wolke sitzt. Ist er Flug oder was? Ich weiß es nicht. Oh, er wechselt. Und er holt sein hässliches Chelteratarengtatrabi. Ich kenne nicht mal die Namen. Obwohl sie eigentlich oben drüber steht, oder? Das ist interessant. Warum hat er den geholt? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal auf Schattenstoß. Wir kommen sogar noch durch mit Schattenstoß. Also, das ist so ein lahmes Vieh bei dem. Würde ich einfach mal behaupten. Ich habe auch noch nie damit gekämpft. Jetzt schildert er natürlich wieder. Der kleine... Da könnt ihr euch jetzt einen beliebigen Begriff aussuchen. Wir machen nochmal die Drachenklaue. Jetzt schildert er bestimmt nicht. Beziehungsweise kann er überhaupt noch schilden? Nein, er kann nicht mehr schilden. Er hat nichts mehr. Das dürfte also auch locker easy an mich gehen. Ich schilde trotzdem mal, weil ich habe ja jetzt meine Moves wieder vollgeladen. Und ich habe, wie gesagt, auch überhaupt gar keine Ahnung, was er jetzt danach noch nimmt. Simsalat. Da nehmen wir Schattenstoß natürlich. Ganz natürlich. Ist das jetzt effektiv? Geist gegen Psycho müsste eigentlich reinhauen. Sehr effektiv. Das sieht also gut aus. Jetzt wechselt er schon wieder. Da geht man dem halt hier noch eine Drachenklaue drauf. Ihr seht, mit einem... Mit einer gierigen Tina kann man alles machen. Alles weggerotzt. Fertig. Na gut, den nicht. Aber ich kann ja mal wechseln. Ich kann ja mal ein bisschen jetzt ausprobieren, damit ich weiß, was los ist. Mit dem reiße ich also nicht viel. Ne? Wie ich gerade sehe. Dafür lassen wir mal seinen Move durchgehen. Zur Not haben wir ja noch das Labras. Fokusstoß. Bäm. Das verstehe ich nicht. Wieso ist Kampf gegen Kampf effektiv? Ich raff das nicht. Labras. Los. Enttäusch mich nicht. Jetzt ist der auch noch effektiv gegen mich und ich gegen ihn gleichzeitig. Aber er liegt ja jetzt in der Ecke. Gegnerische Attacke. Ich habe noch ein Schild da. Vor allem hätte ich es aus Versehen gleich weggedrückt. Weil ich hier immer so mit meinem Finger so weit unten rumwühle, dass ich auf Ablehnen drücke. So. Zweiter Kampf auch in der Tasche. Das geht also recht fix. Liegt natürlich nur daran, dass ich so coole Pokémon habe und dass die in den unteren Bereichen eigentlich nur mit irgendwelchen Random-Sachen kämpfen. Ich glaube, da ist kaum jemand dabei, der eine zweite Ladattacke hat. Ich glaube, da ist kaum jemand dabei, der da großartig Legendäre einsetzt. Deswegen hat man da leichtes Spiel. Achso, ich muss noch. Der Maurice hat schon wieder ein Bild geschickt. So. Könnte man auch ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn man einen Kampf gewonnen hat, muss man einen kurzen trinken. Der ist sehr effektiv gegen mich. Da hole ich doch gleich mal meinen Maromai rein. Ich weiß zwar nicht, was der jetzt macht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das Maromai ist auf jeden Fall besser als das Giratina in dem Fall. Sturzflug. Hätte auf jeden Fall heftig getroffen. Das ist gut, dass ich das abgewehrt habe. Ich lasse auch mal die Moves aufladen und versuche den so wegzuboxen. Komm. Nein! Er macht noch seine Attacke. Jetzt muss ich mein zweites Schild noch rausnehmen. Das war ein bisschen doof. Aber egal. Jetzt ist er auf jeden Fall weg. Ich habe keine Schilde mehr. Und ihm fehlt ein Pokémon. Riggi Gigas. Vielleicht kann man zweimal hintereinander Wuchtschlag machen. Er wehrt ab. Wir können aber nochmal Wuchtschlag machen. Weil er ist effektiv gegen uns und wir gegen ihn gleichzeitig schon wieder. Muss das denn immer sein? Komm, mach nochmal Wuchtschlag. Nein! Lass mich ihn rufen. Oh, er ist schon weg. Und wenn ich Glück habe, kann ich jetzt meinen Wuchtschlag einsetzen. Er hat noch einen Ursaring. Ursaring, auch keine Ahnung. Ist auch, glaube ich, Typ normal, oder? Auch sehr effektiv. Wunderbar. Der grüne Hulk hat sie alle bezwungen. Also das dritte Match auch gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich machen soll, bis ich eins verliere. Da eigentlich, glaube ich, wenn die Sendung dann eine Stunde geht, guckt das auch keiner. Oder bis die Flasche leer ist. Genau. Das dürfte nicht so lange dauern. So, erst mal ins Mikro gerotzt hier. Wie heißen die? Buenosguion. Ich habe die anderen Namen hier gar nicht angeguckt. Grüße an die Gegner auf jeden Fall, wenn ihr das seht. Oh, jetzt. Da habe ich wirklich keine Ahnung. Okay, es ist nicht sehr effektiv. Das finde ich schon mal gut. Aber ich glaube, das komische Ding hält auch einiges aus. Das Slymog. Schauen wir mal. Schattenstoß bringt jetzt nicht so viel. Wir lassen mal die Attacke durch. Er hat meine auch durchgelassen. Vielleicht ist es auch eine Falle. Donnerschlag. Nicht sehr effektiv. Probieren wir es mal weiter mit der Drachenklaue. Was die so macht. Ich finde das so genial. Keine Kämpfe gehabt. Keine Siege. Keine Niederlagen. Kein gar nichts. Man kommt aus dem Nichts. Und hat übelst Spaß an der PvP-Liga. So muss es sein. Sobald man dann Rang 7 ist, dreht man sich wieder im Kreis. Es macht keinen Spaß mehr. Es ist nur noch frustrierend. Aber deswegen nehme ich auch immer nur auf, wenn ich hier unten von Null anfange. Da sieht das dann so aus, als wäre ich übelster Pro und hätte übelste Siegesserie und so weiter. Obwohl jeder fängt ja eigentlich von unten an. Da müssten die anderen ja eigentlich auch gute Siegesserien hinbekommen. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was der da macht. Der hat nämlich immer noch alle Schilde da, wofür er die sich überhaupt aufgehoben hat. Ich habe keine Ahnung. Das schildet er jetzt auf einmal. Gegnerische Attacke. Ja, wir lassen es mal durch. Wenn vorhin Kampf gegen mich effektiv war, heißt das, wenn ich mit Maromai gegen ihn kämpfe, ist das auch effektiv. Und er aber auch gegen mich. Dann ist mein Maromai wahrscheinlich tot, bevor ich überhaupt eine Attacke einsetzen kann. Deswegen muss ich sehen, dass das Giratina noch ein bisschen überlebt. Ja, da kann ich ja jetzt mal hier ein Schild einsetzen, damit ich meine Moves laden kann und ihn mit dem Quick-Move vielleicht noch zu Boden bringen. Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Komm, fall um, fall um, fall um, fall um. Ja, wunderbar. Er hat aber auch noch ein Schild, aber ich habe jetzt zwei Moves voll. Was hat er? Ein Grashüpfer. Joa. Aber wenn er noch ein Schild hat, wäre er ja sicherlich den Move ab. Also hätte ich eigentlich erst die Drachen... Nee, macht er nicht. Keine Ahnung. Dann machen wir es halt nochmal hinterher. Ja, solange wie ich noch Moves habe, haue ich die schnell raus, denn ich bin auch gleich tot. Los, los, los. Jetzt wäre er ab. Keine Ahnung, was der macht. Komm doch einmal Drachenklaue hinterher. Das schaffst du noch. Zack. Also Giratina ist die beste Wahl, glaube ich. Ich habe zwar gegen Sabrina verkackt mit meinem Giratina, als sie hier ihre komische Weiterentwicklung vom Geradax rausgeholt hat, aber... So, alles mit einem Giratina gemacht. Kein Problem. Da kann ich wieder nach Hause gehen. Tschüss. Du hast gewonnen. Mit seinem lustigen Ditto-Shirt, was er anhat. Ja, beruhig dich hier. Achso, ich muss es ja unten erst mal bestätigen, weil hier ist nämlich übelst die Aktion am Start. Fünf Kämpfe gewonnen. Richtig. Hä? Fünf von fünf? Achso, da stand ja schon einer drauf. Wieso habe ich denn einen verloren gehabt? Schon bevor es überhaupt losging? Oh mein Gott! Ein Meter groß. Das nehmen wir mal mit. Mit gelber Beere. Komm, die Bälle hier können wir auch raushauen. Buddy, Headball, Headshot, Kopfball. Da vermischt sich einfach alles. Wieso kommt der denn raus? Dieser dreckige... Vielleicht schaffe ich es diesmal mal, einen Geronimatz aus der GoBattleLeague zu bekommen. Ich habe meine ja nur von der Safari gehabt. Aber GoBattleLeague habe ich bisher noch keins gesehen. Da war glaube ich gerade Meryl Day. Und bei Meryl Kampftag bin ich einfach über das... über Rang 7 drüber geschwappt. Sodass ich die Belohnung dafür nicht bekommen habe, weil es an dem Tag ja nur Meryls gab. Sonst habe ich ein Meryl nach dem anderen bekommen. Oh, stimmt. Es ist ja ein Uhr noch was. Also, da gibt es natürlich hier noch das. Wir haben schlechte Werte. Sehr schön. Das brauchen wir eigentlich nicht weiter. Aber wir können gleich weitermachen, hoffe ich. Los, geben wir mal ein bisschen Staub. Zack. Doch. Come on. Würden die Homos jetzt sagen. Noch nicht mal Level 2. Hm. Nichts wie los. Dann geht es halt weiter. Aber das ist schön. Jetzt kann ich nochmal 5 Kämpfe machen und komme dann erst ins Level 2. Das heißt, ich habe jetzt extra eine Runde nochmal leichtere Gegner. Das ist eigentlich hier mit meinem Ich glaube, das muss noch ein Stück nach rechts. So, ich wollte das doch extra an mich dran schieben. So muss das doch aussehen. Mann, war das unordentlich die ganze Zeit. Wenn ich es noch ein Stück hoch packe, dann ist diese weiße Linie in der Mitte ungefähr bündig mit dem schwarzen Strich von rechts. So ungefähr, ne? Das sind Künste. Alles mit Augenmaß. So, ein Wasserkrabbi. Komme ich wahrscheinlich nicht weit. Weder mit Maromai noch mit noch mit Labras. Deswegen lassen wir halt wieder das Giratina drin. Weil das halt einfach heftig der Boss ist. Das muss nicht mal effektiv sein. Das haut halt so alles kaputt. Tina! Da war es etwas schüchtern. Es hat sich erst nicht getraut. Keine Scheu. Immer drauf auf den Gegner. Komm. Bis der was macht. Ich glaube, deswegen habe ich die Tina auch vorne drin. Weil die hat halt ihre Move so schnell voll. Und das Oh, die hängt einfach schon wieder. Ja, es ist spät. Die hat schon ganz rote Augen, wie man sieht. Also Der Krebs ist von Haus aus rot. Der Trainer hat auch was Rotes an. Diesmal machen wir keinen Move. Diesmal nehmen wir den mit. Man sieht ja überall, wo ich drück. Näh. Die drückt den Trainer kaputt. Und er hängt halt. Pinsir. Keine Ahnung. Pinsir. Feuer? Hab ich nicht. Ich hab schon so lange nicht mehr gezockt. Ich hab einfach keine Ahnung, was ich mach. Aber egal. Das ist ein Spiel. Das muss Spaß machen. Das muss hier keine Mathematik werden. Oder eine Wissenschaft für sich. Schattenstoß war kacke. Also nehm ich einfach noch mal Drachenklaue hinterher. Ich hab ja eh den Cheat für unendlich Lademoves, wie man sieht. Und Und es hängt halt wieder. Dieses dreckige WLAN. Ich sag's euch. Das sieht gut aus. So. Den Rest mach ich ohne. Wann macht der denn mal einen Move? Gar nicht. Drückt der überhaupt? Ich glaub der ist in die Lobby rein. Und ist dann einfach aufs Klo. Und wenn er zurückkommt, sagt er sich. Toll. Der hat ohne mich gekämpft. Anders kann ich's mir nicht. Erklären. Was war denn jetzt besser? Ich glaub Drachenklaue war besser. Bei Slymog. Oder? Ich weiß es nicht mehr. Sehe ich ja gleich. Obwohl der schildet bestimmt jetzt. Wenn er wirklich aktiv spielt grad. Dann wird er sicherlich jetzt mal schilden in der Runde. Obwohl eigentlich. Er ist so schlecht aufgestellt. Er könnte es auch einfach sein lassen. Er schildet nämlich nicht. Dann probieren wir halt gleich nochmal Schattenstoß aus. Und vor allem aber wenn er vor hätte zu verlieren. Und deswegen nichts macht. Dann hätte er auch gleich WP10 Pokémon rein basteln können. Das wäre doch auch sinnvoll. Vielleicht liegt's aber auch einfach nur daran, weil die Verbindung sowieso gerade richtig mies ist. Ich weiß nicht wie's bei ihm aussieht, aber der schildet auch wieder nicht. Guck mal, ich hab... Ich krieg keine Energie abgezogen. Nichts. Ramses ist der Cheater. Der hält sogar die Zeit an beim Gegner. Und hat unendlich Special Moves, wie man sieht. Tina. Dann werd ich gemeldet. Weil ich unfair spiel oder was. Da brauch ich ja jetzt gar keine Lada-Attacke mehr machen. Da kann ich ja jetzt so einfach draufhauen. Hm. Das war's. Der hat sogar höhere WP als ich. Mit seinem komischen Schleimstock. Schleimhock. So, 102 von 200. Das sieht doch gut aus. Da kann ich wenigstens die Medaille ein bisschen pushen. Wir gehen aber direkt rein in den nächsten Kampf. Ich hoffe, die Verbindung ist jetzt besser. Puschina. 22. Die Holde Maid. Mit. Lederbeutel. Ledertasche. Hier Sumpex. Genau. Sumpex kommt oft zum Einsatz. Ich hab aber trotzdem keine Ahnung. Was Sumpex eigentlich bringt. Sumpex lockt Schilde raus. Und ist Erde gut? Also wenn's Erdbeben macht, ist das gut gegen ein Giratiner? Was macht es mit Wasserattacken? Gegen was will es jetzt mit Wasserattacken ankommen? Die meisten nehmen ja trotzdem hier Registil oder so. Da bringt doch Wasser nix. Oder andere nehmen... Andere nehmen hier Giratiner. Da bringen Wasserattacken auch nichts, wie man sieht. Was gibt's sonst noch? Mewtwo? Bringen Wasserattacken auch nichts. Alter, der hat nicht geschildert. Was ist nur falsch mit ihm? Ich versteh's nicht. Ich bin zwar tot, aber... Er auch. Er auch. Wunderbar. Und er hat noch zwei Schilde. Ich weiß nicht, was der macht. Sumpex Bruder. Gegnerische Attacke. Jetzt kommt's drauf an. Was macht er? Ich schilde trotzdem mal noch nicht. Er hat sein Psycho-Pokémon auf jeden Fall schon weg. Ich glaub nicht, dass er noch ein Psycho-Pokémon hat. Das heißt, dass... Äh... Machomai ist eigentlich ganz safe. Ja gut, ich hätte jetzt eigentlich Eis oder so vielleicht mal machen können, aber... Oder Surfer. Aber wir heben uns einfach alles auf, weil... Wir überleben das. Und auf den letzten hauen wir einfach alles drauf, was wir haben. Wir laden das mal noch auf. Oh, wir probieren's direkt mal mit Eis. Ach, bin ich dumm. Jetzt denke ich schon wieder, dass Eis gegen Feuer gut ist. Nee, vorhin hab ich gedacht, dass Feuer gegen Eis gut ist. Hätte ich einfach zweimal Surfer gemacht hintereinander. Das hätt's doch gebracht. Komm, 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 komm. Mach' nen Surfer. Bruder. Überlebe. Und du mach mal deinen Move, weil ich kann ja noch zweimal abwehren, aber... Nicht mehr mit dem Labras. Da schaff' ich's vielleicht einmal, aber dann bin ich tot. Jetzt hat er auf jeden Fall keine Schilde mehr. Vielleicht hätte ich... Ja, der Schilling hätte bestimmt jetzt wieder gemacht, bis er einen Move voll hat. Hätte dann gewechselt. Hätte mit dem anderen abgewährt. Hätte mit dem anderen rumgewühlt. Bis er... Bis der andere keine Schilde mehr hat. Hätte... Wäre dann zurück aufs Labras, beziehungsweise... Wenn das Labras reingekommen wäre, hätte er dann... Einfach gleich wieder zwei Moves gehabt, zum draufballern. Hat er jetzt wirklich zwei... Special Moves hintereinander gemacht, ja? Ich glaube, wenn's so weitergeht, verkacke ich's noch. Ne, das... Müsste passen, also ist trotzdem noch knapp geworden. Mit strategischem Fehlgriff, wie immer, sehr effektiv. Steinhagel, auf das Glurak, was auch wieder mehr WP hat als ich. Also, die haben alle bessere... Haben besser aufgepasst beim Hochziehen, beim Leveln, muss ich mal sagen. So, nächstes. Dann muss man wieder einen Schluck trinken, ne? Um eins hab ich angefangen. Eine Stunde, vielleicht? Bis um zwei. Oder zwei Sets durchspielen, oder... Keine Ahnung. Oder halt doch, bis ich verliere. Aber im Endeffekt geht das Video dann zehn Stunden, ne? Weil ich ja so heftig bin. Nein, das wird nicht passieren. Im Endeffekt, durch einen Leichtsinn verliere ich jetzt schon und dann ist es schon aus. Ne, dann würde ich aber auf jeden Fall die zwei Sets voll machen, dass ich wenigstens zweimal die Bewertungen abholen kann. Darius-Kampf beginnt. Und das ist aber schön. Dem werde ich jetzt den Hut vom Kopf ziehen. So! Ein Meftu! Das ist aber schön. Und ich bin sehr effektiv und er nicht. Da freue ich mich doch. Gleich doppelt und dreifach. Jetzt macht er auch noch seine Attacke. Wir lassen es mal durchgehen. Hm. Hm. Ist stark, aber... Ich hab's wenigstens überlebt. Mal gucken, ob er so cool ist wie ich und lässt es auch durchgehen. Ne, lässt er natürlich nicht. Gut. Dann versuchen wir jetzt das nächste Schild noch rauszulocken. Das schilden wir mal. Sonst liegen wir nämlich gleich unter der Erde. Mit Maromai komme ich natürlich da auch nicht weit. Mit Lapras auch nicht. Also manchmal... Eigentlich egal, was der Gegner nimmt. Irgendwie sind meine zwei anderen Pokémon nutzlos und Mist. Fällt mir gerade auf. Irgendwie habe ich mit dem Lapras bisher noch gar nichts gerissen und mit dem Maromai auch nicht wirklich. Also wenn die von Anfang an drin gewesen wären, dann... Ja, was mache ich jetzt? Mein letztes Schild rausballern. Dann hau mich halt weg. Ich hol mal meinen Lapras rein. Versuch dich noch schnell auszuschalten. Lade meinen Move. Du hast eh keine... Alter Darkrai, was geht mit ihm? Wir hauen mal schnell den Surfer drauf. Ey, das sieht ja richtig gut aus. Brauche ich ja gar nichts mehr machen. Eigentlich wollte ich wechseln aufs Maromai, aber... Ich lasse das jetzt auch durchgehen. Ich hoffe mal, das überlebt. Das sieht gut aus. Ja, und dann müsste das Lapras den jetzt auch noch wegknüppeln. Und dann hat er sein letztes Latios. Da hätte Eis, glaube ich, jetzt geholfen, aber ich Idiot, habe natürlich jetzt schon Server eingesetzt. Nicht effektiv. Das Eis ist natürlich sehr effektiv von dem Quick Move. Aber wir haben ja noch ein Maromai. Und noch ein Schild. Und können noch einen Steinhagel vielleicht machen. Aber ich glaube, es ist vorher schon tot. Ein Schild. Das war gut. Das hat uns jetzt den Arsch gerettet. Solarstrahl, Alter. Wieso kann das Ding Solarstrahl? Sind die verrückt? Vor allem der war eigentlich jetzt richtig genial. Ich meine, der hat drei Legendäre drin gehabt. Ein Mewtwo, ein Darkrai und ein... Und eine blaue Wurst. Was will man mehr? Nicht so wie andere hier mit... Mit... Mit Arkani oder sonst was. Der war cool eigentlich. Der hat Spaß gemacht, der Gegner. Muss man schon sagen. Und ich habe gewonnen. So hat der Gegner erst recht Spaß gemacht. Also Leitungswasser ist gleich leer. Das heißt... Muss gleich aufhören. Halbe Stunde. Eine Flasche Leitungswasser. Nein, ist natürlich Spaß, wie gesagt. Theoretisch könnte ich eine Stunde machen. Ich muss danach eh noch ein Video schneiden. Das Kapitel 3 von der komischen Champ-Nostalgie-Herausforderung. Aber... Das seht ihr ja... Das seht ihr ja... Morgen. Aber morgen, wenn ich das jetzt sage, ist das schon wieder 100 Jahre her, weil ich nicht weiß, wann ich dieses Video hochlade. Ist aber eine coole Sache, seitdem ich das hier mit der blöden Bildschirmaufnahme so... entdeckt habe, ist das natürlich viel gemütlicher, als wenn ich mit dem Handy da sitze. Mach, äh... Tu den Bildschirm-Upscreenen vom Handy. Nehm den auf. Sitze mit der Kamera da. Muss die Kameraaufnahmen dann alle auf den PC ziehen. Muss die... Bildschirmaufnahmen vom Handy alle auf den PC ziehen. Muss die Bildschirmaufnahmen vom Handy alle umwandeln. Muss das dann alles synchronisieren. Muss das dann schneiden. Muss das dann exportieren. Das sind tausend Sachen. Und hier drücke ich auf Aufnahme. Danach drücke ich auf Stopp. Und dann kann ich es hochladen. Fertig. Das ist... Sehr genial. Dankeschön, D-Nice. Grüße gehen raus. Dafür, dass er mir hier das OBS ans Herz gelegt hat. Alter Dicker. Ich sehe das jetzt erst mal mit dem Gegner. Ich habe gerade gedacht... Boah, das fängt richtig gut an, aber... Komm, wir machen nochmal einen Special-Move. Der hat hier Kleinstein mit 500 drin. Und einen Traunfugil. Jetzt einen Ultragaria mit 800 noch was. Dann schildet der ja... Will der mich verarschen? Der nimmt so kleines Gesocks, wo ich mir denke, der will bestimmt verlieren und absteigen. Aber wenn ich mit dem Charge-Move angreife, wäre er ab, oder was? Also meint er es eigentlich doch ernst? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Er meint es ernst und hat nichts Besseres? Gut, vielleicht ist er Level 5. Kann man mit Level 5 schon die Go Battle League machen? Ich weiß es nicht. Kann das sein, dass das immer nur bei Drachenklaue ist? Oder ist das Zufall, dass ich ausgerechnet jetzt, wenn ich Drachenklaue drücke, wieder diese Verbindungsprobleme habe? Also diesen... Das wird sicherlich auch mal im Internet liegen. Ich bin ja gerade im WLAN. Bei Kabel Deutschland. Normalerweise würde ich auch nicht im WLAN spielen. Aber ich brauche das WLAN, um mein Bildschirm hier zu übertragen vom Handy. Sonst würde ich die mobilen Daten von Kongstar nehmen. Und das geht auf jeden Fall besser, auf jeden Fall sicherer. Manchmal auch, ich will in die App rein. Es geht zur Hälfte und dann tut sich gar nichts mehr. Und dann stelle ich das WLAN aus und plötzlich geht es... Und dann ist es bis hinten. Das ist so räudig manchmal. Ich kann euch übrigens noch was zeigen, kurz. Und zwar, hier hinter mir sieht man ein Mew. Wo ist das Mew? Hier. Geil. Da ist das Mew. Sehr schön. Relaxo habe ich aber auch jetzt noch nicht gesehen. In der Hyperliga. Das ist ja wenigstens kein legendäres. Das ist auch was, was eigentlich theoretisch jeder haben müsste. Aber gut, Chrysalia habe ich jetzt auch noch nicht dabei gehabt. Slimog hatte ich dabei, aber nicht als Alola-Version. Obwohl als Alola-Version das ja wahrscheinlich cool ist, wenn das Unlicht attacken kann. Mann. Und er sucht und sucht. So war es bestimmt vorhin. Der eine. Der ist hier auf Kämpfen gegangen. Dann hat es ewig gesucht. Und dann hat er sich gedacht, ach, ich gehe erst mal aufs Klo. Und deswegen kam dann nichts mehr. Verbringt es eigentlich was, wenn man dann abbricht und neu sucht? Eigentlich nicht, oder? Also ADHD 34. Also eigentlich muss man ja eh drin bleiben. Kampf beginnt. Das ging aber schon mal schneller. Muss ich sagen. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Ah. Fehler bei der Spielersuche. Na toll. Ja, dann gehen wir halt einfach nochmal rein. Aber liegt das jetzt an der Go Battle League oder liegt das jetzt halt am WLAN? Das ist halt das Problem. Fehler bei der Spielersuche gab es ja schon oft, wo sich viele darüber beschwert haben. Und ich glaube nicht, dass die alle bei Kabel Deutschland sind und damit Probleme haben. Also vielleicht, äh, liegt sowas dann ja wirklich an der Go Battle League und nicht direkt nur am WLAN. So, dann kann ich mal hier meine Nachrichten abchecken. Pokémon Gamer GBA Games bei Panty. Ja, das kann ich jetzt nicht lesen. Maurice Bier hat ein Foto gesendet. Deine Daten werden nicht gesichert. Das ist aber schön. Und wir haben natürlich hier die Übertragungs-App. My Phone Explorer Client heißt das Teil. Jetzt mache ich es aber. Jetzt gehe ich mal zurück. Und nochmal drauf. Was zwar nichts bringt, im Endeffekt, aber... Vielleicht ist es auch die falsche Zeit zum Kämpfen. Obwohl, eigentlich ist es egal. Es ist ja weltweit. Nur weil es bei mir jetzt 1.30 Uhr ist, ist es ja in Amerika plötzlich 12 Uhr, ne? Das heißt, die können ruhig mitmachen hier. Armaldo. Armaldo. Habe ich auch noch nicht gesehen. Als Gegner. Aber wir haben ja unser Giratina. Ich wüsste auch nicht, ob Maroma jetzt gut ist oder Lapras. Deswegen einfach immer Giratina nehmen, egal was kommt. Drachenklaube abgewehrt. Er macht einen Move. Wir lassen es mal durch, um zu testen. Weil selbst wenn es sehr effektiv ist, bin ich bestimmt nicht direkt tot. Das macht nichts. Sehr schön. Jetzt macht er schon wieder seine Attacke. Und ich glaube nicht, dass er einen zweiten Move hat. Wer gibt Armaldo einen zweiten Move? Niemand, oder? Felswurf, du böser Junge, du. Ja, 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 ja. So, fabelhaft Drachenklaube abgewehrt. Jetzt hat er wenigstens keine Schutzschilder mehr. Aber jetzt hätte ich vielleicht doch einen anderen Move machen müssen, um ihn zu zerstören. Hm, was dachte ich mir? Ich wehre den einen jetzt trotzdem ab. Sonst bin ich nämlich weg. Ich möchte wenigstens mit dem Giratina ihn noch wegmachen. Vielleicht schaffe ich es ja sogar. Ach, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich glaube, wenn ich auf Schattenstoß gewartet hätte, hätte er vielleicht nochmal seinen gemacht. Er hat nämlich auch nicht so lange gebraucht zum Aufladen. Deswegen. Wir gehen auf Nummer sicher. Wir machen das einfach so. Gucken mal, was der nächste hier bringt. Drachenklaue gegen einen. Ist. Wie heißt das Teil jetzt hier wieder? Dings. Ist das nicht auch jetzt, Ampharos, ist das nicht auch plötzlich vom Typ Drache in dieser Weiterentwicklung? Es kann auf jeden Fall Drachenmoves. Oder ist das nur Elektro? Elektro-Drache, obwohl es ein Schafe ist. Ne, das klingt. Das klingt unlogisch. Auf jeden Fall kriegt es Drachenklauen ab. Damit es weiß, was los ist. Den können wir auch durchlassen. Darauf kommt es nicht mehr an. Und dann könnten wir. Na gut, Labras ist nicht so toll. Wir nehmen mal hier den Kollegen. Mit der Donnerfaust. Guckt ihr das an, wie der den wegprügelt. So, und noch ein Mewtwo. Das ist jetzt eigentlich Mist. Mist. Obwohl, Steinhagel war gut. Aber er macht mich natürlich fertig mit der Welt. Los, los, los. Oh, das hat nicht reagiert. Das war doch schon voll. Aber ich habe ja noch... Ein Labras, wollte ich sagen. Aber ich habe ja noch ein Labras und ich habe ja noch ein Schild gehabt. Deswegen alles gut. Ich glaube, das Mewtwo ist einfach umgefallen, weil es keine Lust mehr hatte. Ich habe gar nicht angegriffen. Ich habe gar nichts gemacht. Das fällt trotzdem einfach um. So, Staub, TM, Bären, Zeug, nochmal Staub, Pokémon, Floing. Ja, dann nehmen wir das halt jetzt hier mit. Nehmen wir das halt jetzt mit gelber Beere mit. Auch wenn ich die in der Forschung alle nicht mit gelber Beere gefangen habe. Die Sau kommt raus, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist ja ein Schwein. Die Sau. Eins, zwei und wieder raus. Bruder, ich verspreche dir, ich werde dir täglich eine Mahlzeit geben. Bitte bleib bei mir. Eins, zwei, nein, drei. Natürlich, gut. Jetzt ein Hunderter für die Folge. Das wäre doch richtig schön. Auf Level, keine Ahnung. Naja, das brauchen wir aber nicht. Jetzt sind wir im Rang zwei. Hey. Vor allem hat es wirklich nur das kleine Stück von Rang eins auf zwei fertig gemacht. Das ist ja mies. Das heißt, ich muss einmal länger machen, um auf Rang... Ne, jetzt passt es. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt fünf gewinne, müsste ich ja dann auf Rang drei kommen. Dann auf Rang vier, dann auf Rang fünf. Ah, es ist alles... Am Anfang ist es halt alles schön, wie gesagt. Ich bin Rang zwei, mein Gott. Da kommen ja jetzt die richtigen heftigen Bosse. Also, das Klo-Wasser ist auf jeden Fall leer. 22 Minuten. Dann wäre theoretisch die Stunde voll. Ich habe zwei Sets jetzt gemacht. In 38 Minuten. In 22 Minuten. Auf jeden Fall schaffe ich noch einen Fünfer. Dann habe ich drei Fünfer-Sets gemacht. Obwohl, beim ersten, das waren ja nicht fünf, das waren ja nur vier. Wenn es einen Gegner finden würde. Das ist nervig gerade. Das ging sonst immer übelst fix. Einfach rein, zack. Der Raymon. Raymon. Ramon. 3109. Und Akani. Sehr schön. Theoretisch hätte ich wechseln können. Bruder, was macht der mit Girafarig? Ist das jetzt ein Geheimfavorit? Kann der was, was ich nicht weiß? Vor allem hätte ich fast gewechselt und hätte für Akani das Labras reingeholt, aber ist ja Quatsch. Man nimmt einfach das gierige Tina und lockt die Schilde raus. So macht man das. Denn das Zebra, ich weiß nicht, was das machen will. Wenn das angreift, lasse ich es eh durch, um zu gucken, was das kann. Und Spiegel Cape. Verstehe ich nicht. Spiegel Cape beendet den Kampf. Jetzt habe ich gewonnen. Aber eigentlich hat er gewonnen. Er hat es nur gespiegelt. Also ich verstehe gar nichts mehr. Er hatte wohl keinen Bock. Sehr schön. So musste gewinnen. So musste das durch. Da klappt es auch. Mit irgendwas. Irgendwie ist der Stuhl heute niedrig. Oder ich habe die Kamera einfach noch zu weit. Zu weit oben hin oder zu weit unten. Ich weiß es nicht. Vor allem dauert die Spielersuche länger als manche Kämpfe. Boah, mir bestößt dieser Chili-Gurkensalat auf, den ich mir vorhin gemacht habe. Kozu... 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 Kozuke... 75. Kozuke, Kozuke. Ja, mal gucken. Ein Viridium. Viridium. Gegen Psycho. Es war vor allem alles erst da. Flug und Psycho? Ne, ich glaube nur Psycho. Auf jeden Fall hat man da immer Mewtwo genommen. Man hat... Lugia hat es mir oft vorgeschlagen, weil das ja auch eigentlich Psycho-Attacken hatte. Lassen das mal durch. Am Anfang, wie gesagt, kann man ja mal gucken. Steinkante. Ist okay. Wechseln wir auf Schattenstoß. Mit der auch mal wieder dran kommt. Nicht, dass die Attacke weggeht, weil man sie nicht benutzt. Boah, ansonsten können wir weiter sinnlos hier rumknüppeln. Können es nochmal durchgehen lassen. Dann können wir vielleicht ein paar Moves machen, weil er hat ja jetzt schon zweimal abgewehrt. Und dann schaffen wir es vielleicht trotzdem, ihn noch zu plätten. Das ist sowieso, er ist so komisch. Ich habe da noch alle Schilde, er hat keine mehr und danach ist der Kampf eigentlich schon so gut wie gewonnen. Der Anfang ist immer das Wichtigste. Die ersten zwei Pokémon, die gegeneinander stehen, die entscheiden eigentlich den ganzen Ausgang des Kampfes schon. Gibt auch besondere Fälle, wo das Blatt noch gewendet wird. Aber der Anfang ist halt wirklich Glückssache. Wie wenn du würfelst. Der eine hat eine 6, der andere hat eine 1. Tja, da wirst du mit der 1 nicht weit kommen. So, Rayquaza. Das ist aber schön. Da haben wir nämlich jetzt trotzdem die Drachenklaue nochmal gegen Rayquaza. Und ich weiß nicht, eigentlich müsste Rayquaza ja auch effektiv sein gegen mich. Es hat aber gerade nichts angezeigt. Vielleicht greift das mit was anderem an. Vielleicht greift das nur mit... Hier, Eis. Genau. Mann, bin ich... Jetzt hätte ich es fast verkackt. Klar muss ich da das Lapras reinholen. Und Lapras gegen Regiram. Das ist auch nice. Da warten wir jetzt und setzen mal den Blizzard ein. Wir haben ja noch zwei Schilde. Dann machen wir es richtig spannend. Gegnerische Attacke. Wehren wir natürlich ab. Hauen den Blizzard drauf. Obwohl ich dachte, dass das jetzt mehr abziehen würde. Aber es steht natürlich da. Nichts. Angriff sinkt. Wunderbar. Und jetzt Blizzard. Da müsste es eigentlich weg sein. Aber cool, dass er einen Regiram hat. Der kämpft zwar nicht viel in der Gobel League, wenn er nur Rang 2 ist. Aber Rayquaza wahrscheinlich aktiv. So, nochmal gewonnen. Tier 1. Es ist, glaube ich, nicht mal Tier 2. Ich glaube, Maromai ist Tier 2. Aber das einzigste, was Tier 1 ist, ist das Giratina. Also man könnte theoretisch noch viel, viel bessere Sachen nehmen. Freunde, 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 Friends. Maromai. Es ist wie immer. Zwei Tanks gegeneinander. Keiner ist effektiv. Und man rupft einfach durch. In der Hoffnung, dass einer seine Schilde verliert. Und der andere dann gemütlich weitermachen kann. Was kann denn, was kann er denn noch haben? Der könnte Steinhagel haben. Okay. Wir probieren es mal aus. Wuchtschlag. Macht im Prinzip gar nichts. Jetzt holt er seinen Kokowai rein. Bruder, was ist mit dir nicht richtig? Hättest du uns das nicht weitermachen lassen können? Jetzt stehe ich wieder da wie sonst was. Und jetzt ist er auch noch effektiv gegen mich. Aber wir haben ja noch unseren Schattenstoß. Mit dem man jetzt nicht rechnet. Der weiß ja nicht, dass wir zwei Attacken haben. Aber er wäre trotzdem ab. Theoretisch müsste ich wechseln. Aber ich lege es mal drauf an. Ich habe ja noch ein Schild dann übrig. Und kriege hoffentlich hier die Drachenklaue durch. Wüsst auch nicht. Labras mit Eis. Eis auf die Pflanze. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Aber den Rest werde ich wahrscheinlich jetzt nicht schaffen. Oder? Ich muss es opfern. Tut mir wirklich leid. Kleiner Bruder. Wir probieren es mal aus mit dem Labras. Zack. Und dann ist es weg. Die Pflanze einfach. Erfroren. Und noch ein Maromai. Das ist natürlich jetzt mies. Weil Eis ist ja effektiv gegen mich. Boah, ich muss es jetzt schilden. Ich dachte, ich kann kurz Surfer durchbringen. Und dann schnell wechseln. Aber so schilden wir halt den Wuchtschlag. Machen einmal Surfer drauf. Und vielleicht zieht der Surfer ja auch genug ab. Damit er auch schon umfällt. Der hat ja jetzt trotzdem schon was verloren gehabt. Hat schon gereicht. Und nochmal ein Bisa Floor. Eis natürlich wieder eine gute Wahl. Jetzt muss ich trotzdem nochmal fix Schaden machen. Blizzard wäre zwar besser gewesen, aber das reicht nicht. Bis das voll ist, bin ich eh tot. Also schnell hier ein bisschen was machen. Und hoffen, dass er mich jetzt nicht mit einem Schlag umhaut. Gegnerische Attacke. Ich kann nicht mehr schilden. Eine Matschbombe. Oh, das ist gut. Solange er es nicht direkt nochmal macht. Mach dich startklar. Und nochmal kurz den Steinhagel durchgedrückt. Das war mir jetzt zu unsicher, wenn ich versucht hätte, nur nochmal weiter zu kämpfen. Da musste nochmal ein Move ran, obwohl der nur noch so ein Pfötzchen gehabt hat. Aber besser als nix. Also das war jetzt wirklich, ihr seht, Stufe 2, ne. Die sind knallhart. Guck sie dir an, wie sie einen hier mal trittieren. So, ich kann ja gar keinen Schluck trinken. Ich bin ja fertig. Ich hab ja nix mehr. Tja, früher war der Ditschen da. Hat er gesagt, willst du noch eins? Und dann hat er noch ein Bier geholt. Aber so hätte er halt jetzt die Wasserflasche vielleicht aufgefüllt in der Badewanne. Hoffe ich zumindest. Und nicht woanders. Gegner. Vor allem eben waren es noch 22 Minuten. Jetzt sind es noch 12. Wir haben jetzt 10 Minuten gebraucht für einen Kampf. Ne, für zwei. Profetachiz. Wo die Leute mal ihren Namen hernehmen. Oh, da könnte ich jetzt aber Labras nehmen, oder? Komm, er ist sehr effektiv gegen mich. Aber wenn ich wechsle, dann ist er wieder im Vorteil. Denn ich denke, ich kann mit meinem Labras was gegen ihn ausrichten. Er sieht, ich hab Labras und dann nimmt er vielleicht Machomai oder so. Das ist halt dann auch wieder Mist. Wir machen erstmal kurz weiter. Ich kann ja trotzdem erstmal seine Schilde rausloggen. Und bisher hat er ja auch noch keinen Move voll. Das ist schön. Vielleicht kann ich ja einen Move abwehren und trotzdem meine Drachenklaue gegen ihn mal durchbringen. Dann knallt das bei ihm nämlich trotzdem einmal rein. Obwohl es eigentlich nicht schlau ist. Mit Drache gegen Drache. Aber gut. Ja, der hätte mich komplett zerstört. Komischerweise bei mir steht halt nicht so effektiv, ne? Ich bin halt nicht so krass wie er. Er hat jetzt aber gewechselt. Das heißt, eigentlich könnte ich auch wechseln. Weil er kann ja gerade eh nichts machen. Aber auf was? Wir nehmen mal das Machomai. Weil das ist ja sehr effektiv. Theoretisch wäre das Server auch gut gegen das Rizaros. Aber bis das den Server einsetzt. Also hauen wir schnell das weg. Jetzt holt er seinen Dragoran nochmal rein. Da machen wir natürlich den Steinhagel. Weil das ist ja auch vom Typ Flug. Können wir den nämlich von der Luft holen. Zack. Schilde hat er ja keine mehr. Habe ich vorhin schon rausgebracht. Und noch einen brennenden Hund hinterher. Der kriegt auch nochmal einen Stein vom Kopf. Und dann war es das. Das war eine coole Paarung wieder. Die war nicht so knapp und heftig. Aber die hat einfach wieder Spaß gemacht. Das ist ja das, worum es geht eigentlich. So, jetzt sind es noch 10 Minuten, wie ich sehe. Ich weiß nicht, das 5er Set müsste dann auch gleich voll sein. Obwohl, ich glaube, ich war jetzt beim dritten. Also zwei Kämpfe sind es noch. Dann würde es ja passen, wenn ich drei 5er Sets voll gemacht habe. Und eine Stunde gemacht habe. Dass man sich das so ein bisschen mit anschaut. Ich glaube, 10 Jahre lang gucken muss man nicht unbedingt. Außer ich würde Stopp machen. Würde das irgendwann hochladen. Dann würde ich den zweiten Teil, wie ich von Stufe 3 auf Stufe 4, 5 und so weiter gemacht habe. Auch nochmal als eine Stunde hochladen. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, da ist es aber wahrscheinlich interessanter, wenn man Stufe 7 ist. Ob man es schafft, Stufe 8 vorzudringen. Wenn es dann richtig Hardcore wird. Ronin, 14. Auch noch dabei. Wunderbar. Gleich mal öffnen. Jetzt weiß ich wieder nicht. Zumbags. Was nimmt man gegen Zumbags? Ja, hau halt deine Aquahobitze durch. Aha. Dachte ich mir. So. Ja, mal ernsthaft gegen Zumbags. Ich glaube, wenn du Griselia hast, kannst du ja Strauchler machen. Den Pflanzenmove. Der wäre auf jeden Fall sehr effektiv. Ja, lassen wir es nochmal durchgehen. Aber ansonsten. Mein Labras und mein Maromai machen nichts. Mein Giratina macht nichts. Das ist dann immer alles sehr unspektakulär und zieht sich halt. Weil das, wenn es alles nicht so taktisch vorangeht, sondern einfach nur in die Länge. Genau. Jetzt werden wir es einfach mal ab, weil jetzt hat er ja keine Schilde mehr. Das heißt, mit dem nächsten könnten wir durchkommen. Wenn er irgendwann voll ist. So. Wie das ruckelt und wie das aussieht. Das war trotzdem nichts. Ich glaube, mit seinen Aquahobitze haut er mich jetzt weg. Aber. Ja, wir lassen es durchgehen. Komm. Wir leben sogar noch. Und wir können nochmal eine Drachenklaue anbringen. Der ist ja vom Typ Boden auch gleichzeitig noch. Jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was gegen Boden noch sinnvoll ist. So. Der war verkackt. Weil der hätte jetzt schön hier drauf. Was mache ich jetzt? Jetzt müsste ich eigentlich mit Maromai gegen ihn. Weil bei Labras bin ich gleich am Arsch. Das verstehe ich jetzt auch wieder nicht. Ich bin effektiv gegen ihn mit Kampf. Er ist aber nicht effektiv gegen mich mit Kampf. Vorhin Kampf und ich war tot. Jetzt ich Kampf und er ist tot. Jetzt ablege ich nicht durch. Das ist mir alles zu hoch. Und ein Mew. Was nimmt man denn gegen Mew? Nix. So. Da hätte ein Giratina mit Schattenstoß nochmal was gemacht. Wir müssen jetzt einfach draufhauen, so gut wie es geht. Wir müssen beide uns überleben. Wir haben nämlich kein Schild mehr. Können aber jetzt noch hier einen Steinschlag machen. Steinhagel meine ich. Und wir haben noch einen Labras übrig. Also das dürfte auch kein Problem sein. Er macht seine Attacke. Er will mich natürlich aus dem Weg räumen. Wahrscheinlich hätte er das anders jetzt auch nicht geschafft. Wenn er es sich aufgespart hätte. Was ist das? Das ist ja gar nichts. Jetzt habe ich es auch noch überlebt. Brauche auch kein Move mehr. Mew. Einfach mal das Mew weggehauen. Genau. So sieht es aus. Hier wollt ihr es nochmal sehen, das Mew. Muss ich nochmal hier kurz die Videoaufnahme. Hier ist das Mew. Guckt es euch an. Oben rechts in der Ecke. Einfach mal weggehauen. Den Prügel. So. Da gibt es sogar silberne Sananabären. Und eine Pokémon-Belohnung. Das saut die Sau schon wieder. Vielleicht haben wir ja jetzt ein besseres. Du dreckiger Ball. So. Ich glaube aber. Dann würde ich es beenden. Weil das sind ja eh nur noch 5 Minuten. Dann wäre die Stunde voll. Und das müssen wir ja nicht ganz machen. Wir haben jetzt die nächste Belohnung abgeholt. Ist ja mal ganz cool für zwischendurch so. Ich weiß nicht. Wer überhaupt sich sowas ganz anguckt. Ähm. Ja. Jetzt bin ich auch noch rausgegangen. Egal. Was steht jetzt da? Wie lange ist meine Serie jetzt überhaupt? Eigentlich müsste ich trotzdem gucken. Wie lange ich es schaffe, bis ich verliere. Und wenn ich eine Siegeserie habe. Eine richtig fette. Andere, die sehe ich immer. Da steht immer nur da. Siegeserie. Acht Stück oder so. Wo ich mir denke. Was ist das? Acht Stück? Wie viel habe ich denn jetzt? Meine längste Serie ist jetzt schon bei 14. 14 Siege. 14 Kämpfe. Längste Serie 14. Letztes Mal hatte ich nur 12. Ach komm. Scheiß drauf. Ich mache einfach nochmal weiter. Ihr könnt ja das Video an der Stelle beenden. Ich mache einfach weiter. Da lasse ich mir nicht die Butter vom Brot nehmen. Dann kann ich das Video wenigstens nennen. 14 Siege in Folge. Dann müsste ich jetzt verlieren. Dann kann ich es so nennen. Auf jeden Fall. Sonst sind es ja dann 15 Siege in Folge. Ja, aber mal ernster. Wenn das so leicht wäre. Ja, wieso haben das dann so wenig? Wenn ich gesehen habe, beim letzten hatte ich gerade mal 8. Ne, 12. Also bin ich ja jetzt trotzdem besser als beim letzten Mal. Obwohl ich mit den gleichen Pokémon kämpfe. Und andere, wie gesagt, haben ja vielleicht gerade mal eine Siegeserie von 8. Und die haben ja auch bei 0 angefangen. Und haben trotzdem zwischendurch mal einen verloren. Also ist es ja eigentlich ganz gut mal zu schauen, was für eine Siegeserie man hinbekommt. Und wie hoch die wird, wie hoch die ist. Das Video wird auf jeden Fall dann 10 Stunden lang. Das kann ich gar nicht hochladen, ich glaube. Ja gut, andere laden ja auch hier die 10-Stunden-Version von irgendeinem komischen Zeug hoch. What is Love zum Beispiel gibt es ja auch die 10-Stunden-Version. So, wir sind auf jeden Fall jetzt in the dry angekommen. Sehr gemütlich. Hätte ich mir eigentlich noch mal Wasser holen können, aber ich will jetzt hier nicht weg. Ich muss das aussitzen. Jetzt wollte ich zurückgehen, aber vielleicht in dem Moment kommt dann gerade einer, oder? Oh, Gittertina gegen Gittertina. Sehr effektiv. Meins ist nicht höher. Verdammt. Verdammt. Jetzt hatte ich hier ein blödes Scheißvieh. Das heißt, ich muss mal wechseln. Jetzt ist das auch noch effektiv gegen mich. Nicht mehr. Aber ich? Hä? Ich blicke gar nicht mehr durch. Wieso steht über effektiv und dann auf einmal nicht mehr? Gegnerische Attacke. Nee, das wäre ich mal ab. Und dann werde ich den Surfer durchbringen. Denn entweder stirbt es oder es versemmelt sein Schild. Aber schön, jetzt weiß ich wenigstens, wozu Lapras gut ist. Wenn er dann sein Gittertina rein holt und ich habe immer noch das Lapras. Nee, macht er nicht. Er holt natürlich die Wurst. Ich hole jetzt aber mal mein Machomai rein. Achso, ich habe auch gewechselt. Ich kann gar nichts reinholen. Verdammt. Jetzt wollte ich sagen, ich hole das Machomai, damit ich das Lapras dann noch übrig habe für das Giratina. Ich muss einfach mal Zeit überbrücken. Man kann ja gleich wieder wechseln. So, jetzt kann man wechseln. Jetzt nehme ich den hier. Versucht auf dem den Rest zu machen. Jetzt holt er aber wieder sein Giratina rein. Ich habe kein Schutzschild mehr. Das ist aber schön. Versuch aber. Drachenklaue. Das ist nicht so krass gewesen. Einen Steinhagel durchzubringen. Mal ein flotter Kampf mit vielen Wechseln. Das ist auch cool. Aber ich habe immer noch meinen. Ja, das ist aber nicht cool. Los, 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 los. Nein. 14 Siege in Folge. Ich sage es euch. Weil jetzt. Steinhagel. Bruder. Aus dem Nichts. Mehr Glück als Verstand. Nein. Wieso hat er noch ein Schild? Will der mich verarschen? Achso, ich habe ja auch noch. Da kann ich auch meinen Giratina nehmen. Was will der eigentlich von mir? Oh, oh. Ich hoffe, dadurch, dass ich noch mehr Energie habe, überlebe ich das. Und gebe ihm einfach mal die gleiche Medizin ab. So. Das ist auf jeden Fall genial. So muss das aussehen. Batsch. Der hat immer noch einen Schutz. Junge. Was ist los? Ich habe gedacht, die sind am Anfang schon beide weggegangen. Oder er hat schon wieder vier Stück gehabt. Ja, wir kennen das Problem. Die Leute, die haben immer, ich lebe noch. Los. Nein, natürlich nicht. Ja, und als ob ich es. Achso, ja. Ich habe ja Labras. Und er hat einfach noch eine Attacke. Noch eine Attacke. Und dann hat er noch eine Attacke. Und dann macht er noch eine Attacke. Und jetzt wechselt die wieder. Und jetzt hat er noch eine Attacke. Und was ist mit dem nicht richtig, Mann? Der war doch richtig brutal. Der war doch bestimmt schon Level 10. Und hat sich wieder runtergelevelt. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Und bin weg. Und... Alter. Das war richtig heftig. 14 Siege. 15 Kämpfe. Längste Serie. 14. Dann passt's doch. Jetzt ist es auch 2 Uhr 2. Das heißt, eine Stunde lang gekämpft. 14 Siege. Das ist das Beste. Denn 12 Siege war bisher das Beste. Einen Kampf verloren bei 15 Kämpfen. Schreibt ihr mal rein, bitte, in die Kommentare. Was ist eure längste Siegesserie, die ihr habt? In der letzten Saison und in dieser. Also bei mir ist es 12 und 14. Wie ist es bei euch? Und vor allem, mit welchem Team kämpft ihr in der Hyperliga? Was sind eure Pokémon? Schreibt's mal bitte in die Kommentare. Das würde mich brennend interessieren. Das war's jetzt aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.